Oh mein Gott, Freunde, was zur Hölle, ich gucke hier gerade nichts ahnend den Square Enix Stream und da wurde einfach mal so quasi nebenbei ein Crossover von Tomb Raider mit Ghost Recon Breakpoint angekündigt. Davon wissen wir tatsächlich auch in der Delta Company noch gar nichts. Ich bin gerade etwas, ja, aus dem Häuschen überrascht vor den Kopf gestoßen, wie auch immer. Ich zeige euch mal gerade eben diese Stelle. Laura ist auch überall im Spielraum und wir arbeiten mit talentvollen Teamen auf Crossovers für Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint und War of the... What the fuck? Ich kann mir tatsächlich gar nichts darunter vorstellen, wie das aussehen soll. Wenn du eine Idee hast, dann schreib das gerne in die Kommentare. Aber ich meine, ja, die tiefen Dschungel von Aurora eignen sich natürlich perfekt für ein Tomb Raider Spiel, aber alter Schwede, neues Crossover, neuer Inhalt, vielleicht ein komplettes Event oder vielleicht sogar eine Episode 4? Geil! Geil! Ich freue mich! Schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie du das siehst, ob du dich auch so darüber freust und ob du vielleicht auch eine feste Idee schon hast oder vielleicht auch schon mehr Informationen hast. Weil wie gesagt, wir in der Delta Company, die eigentlich Informationen zuerst haben sollten, wussten gar nichts davon. Und ja, also, falls du mehr Informationen dazu hast oder vielleicht auch Mutmaßungen, hau die gerne in die Kommentare. Und ja, dann hau mir auf jeden Fall noch ein Abo rein und die Glocke um die Ohren, denn dazu werde ich auf jeden Fall Content bringen, wenn es denn soweit ist. Alter Schwede, was ein geiler Scheiß. Ja, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Ja, dann bis zum nächsten Mal.